So Leute, da sind wir beim nächsten Video und viele von euch haben sich vielleicht schon gefragt so, hey Blackie, wo bleibt denn die Pre-Release-Challenge? Wir haben uns dieses Mal entschieden, keine Pre-Release-Challenge zu machen. Ich habe trotzdem mal ein Kit besorgt, für den Fall, dass wir doch eine machen und ist leider nicht dazu gekommen. Ist halt mit drei Boostern ein bisschen schwieriger. Jetzt habe ich aber, jetzt wird es schwierig, Namen sind bei mir immer ganz ganz schwierig. Ich würde sagen, als würde das Fynxys ausgeschrieben. Die liebe Maggie von dem Kanal Fynxys, ihr findet den unten. Die hat bei einer Pre-Release-Challenge mitgemacht, die sonst leider nicht da war. Da habe ich mir gedacht, das kannst du jetzt nicht stehen lassen. Also bin ich am Schrank, habe mein Commander Legends Dungeon & Dragons Schlacht um Baldur's Gate Pre-Release-Kit rausgeholt und werde das jetzt aufmachen und werde nach den ganz normalen Pre-Release-Kit-Challenge regeln gehen. Bedeutet, ich werde nach den Reisen von Kake Market gucken vor den letzten sieben Tagen und werde das dann vergleichen. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung ihr Video angucken, guckt bei ihr auch so auf dem Kanal mal vorbei. Sie macht extrem coolen Stuff, gerade mit Pokémon-Openings. Digimon habe ich gesehen, Wymer habe ich schon relativ vier von ihr geguckt und auch Magic und dementsprechend, ja, zumindest haben wir eben Magic, Wymer, Crossover, dann ist ja eh beides und gucken wir uns das Ganze mal an. Ähm, ich würde sagen, äh, ich öffne jetzt mal. Ich habe schon genug hin und her gequatscht und mal wieder viel zu lang vorher gequatscht. Ähm, zur Pappe. Ihr hört das immer wieder von mir, ich finde es jetzt gut. Bei dem Pre-Release-Kit haben sie das mit der Pappe mittlerweile richtig gut im Griff. Anders als die Commander Decks, die mittlerweile immer noch viel zu viel Pappe drumrum haben, ähm, haben sie es bei den Pre-Release-Kits mittlerweile gefixt. Was haben wir in seinem Kit? Wir haben einen Würfel mit, ähm, dem Baldur-Skate-Symbol. Hm, 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 hm. Dann haben wir, ja, Müll. Dann haben wir, Müll. Dann haben wir einen Arena-Code für irgendwen da draußen. Ne, wird sich jetzt freuen. Eh. Das sind, äh, sechs Draftbooster. Gönnt euch. Äh, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es benutzt habt. Dankeschön. Äh, hier ist Baldur-Skate. Einmal Oberstadt, Unterstadt, Außenstadt. Unterstadt ist aber eine Stadt in World of Warcraft. Egal. Ähm, lassen wir das. Und gucken wir uns mal unser Kit an. Ich habe am Wochenende relativ viel Baldur-Skate gejudged. Als Judge. Sehr, sehr, sehr viel unterwegs auf dem, äh, Pre-Release bei uns im Fischkrieg. Und habe dann am Sonntag auch noch selber spielen können. Ich hatte eine wahnsinnig starke Kombo. Das war wahnsinnig cool. Und, äh, ja, gut. War halt nett. War halt cool. Ähm, wir fangen an mit den Boostern und enden mit der Promo. Mal gucken. Es sind nur drei Booster. Es sind Draftbooster. Das heißt, äh, wir haben hier die etwas mehr Packs drin. Ich werde gar nicht so viel Baldur-Skate aufmachen, weil, ja, kann ich euch gleich noch erklären. Äh, da sind, äh, 20 Karten drin. 20 Karten. 20 Karten. Irgendwo steht das doch. 20 Karten. Ja, da oben steht's. 20 Karten sind drin. Und, äh, wie immer bei so einem Pre-Release-Kit. Normalerweise slamme ich da so ein bisschen durch. Mach ich hierbei jetzt auch. Ich werde so ein bisschen durchgehen. Werd euch so ein bisschen was zu den Karten erzählen, wenn ich was gesehen hab. wie viel, zum Beispiel hier, Drachen. Und es gibt viel zu viele Drachen. Und, brokene Drachen. Und so weiter. Ich feier das schon von Tür. Das ist ein sehr, sehr cooler Ausrüstung für Kamen. Zwei Mana. Und sie kriegt eine Plus-1-1-Mark. Die angreift eine Kreatur. Und darf eine Kreatur tappen. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Mäzenin der Künste. Drache Adeliger. Es sieht, es sieht so weird aus. Drachen im Kleid. Es ist so weird. Nature's, Knitchers, Nature's, Clore? Nature's Lore. So. Habe ich früher ganz oft gespielt. Lustigerweise eine Waldkarte bedeutet, man kann damit auch Duels raussuchen. Oder Dry It Aber oder ähnliches. Ja. Zitadellentor. Dass die Dinger jetzt nochmal als Tor gekommen sind. Ich stelle mal eine Farbe aus der Weiß. Ja. Jetzt sind die Sachen aus. Boah. Jumpstart. Gar nichts mehr wert. Elementarwesen Schamane. Es sieht halt nicht aus wie ein Elementarwesen, wenn ihr mich fragt. Es sieht ums Verrecke nicht aus wie ein Elementarwesen. Ihr trefft euch in der Taverne. Und das finde ich so schön. Das Set selber ist sehr stark natürlich an D&D angehaucht. Ein paar Sachen sind halt normal. Ein paar Sachen sind jetzt neu oder so, wie das letzte Mal auch. So wie jetzt zum Beispiel die Gates wegen Baldur's Gate und so. Und ihr habt aber immer noch diese Zauber. Und bei diesen Zaubern ist es ganz einfach so, ihr habt eben diesen Aspekt. Ihr trefft euch in einer Taverne. Vier mal in der nächste Reihe. Und dann entscheidet ihr euch, was ihr tut. Entweder ihr bildet eine Gruppe oder ihr fängt an in der Reihe an. Das hat verschiedene Effekte. Was ich sehr cool finde, das ist halt der Flavor vom Dungeon & Dragons Sets. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum sie einen Commander Legends daraus machen mussten. Oder dann hätten sie es anders nennen sollen. Weil, was sie mit diesem Set erreichen wollen. Entschuldigung für den kurzen Outrage, wenn ihr das nicht hören wollt irgendwo. Und bei den Timelames gibt es bestimmt einen Skip. Was sie mit diesem Set erreichen wollten, ist, dass die Leute, die mit Dungeon & Dragons angefangen haben, wo sie ja Leute von ziehen wollten. Also Adventure of Forgotten Realms. Dass die Leute jetzt, sobald es demnächst aus dem Standard rausrotiert, einen Ort haben, an den sie gehen können. Und dieser Ort ist dann Commander. Deshalb gibt es dieses Commander Legends. Warum das dann Commander Legends? Dann hätte man doch einfach sagen können, Dungeon & Dragons Schlacht und Ballos Gate gibt es nicht anders. Nein, sie mussten es mit Commander Legends bewerben. Und dadurch hatten Leute eine völlig falsche Vorstellung. Alle Leute wollten einen Commander Legends 2 haben. Und wir haben einen Dungeon & Dragons 2 bekommen. Was, Dungeon & Dragons 2, cooles Set. Ja, ich verstehe es. Aber Commander Legends 2, also Commander Legends 2 ist das hier leider nicht, nicht geil. Ja, Basiliskentor, Blutmücke, Blutmücke. So, gut, Blutmücke. So, nicht Blutmucke, alter. Kriegischer Impuls. Die Karten finde ich auch sehr cool mit dem Angestachel. Angestachel ist auch so cool, dass sie davon jetzt so viele haben. Beute teilen. Woge. Uh, Halsin. Lulu. Mein Name ist Lulu, oder so heißt das doch. Loyale. Holyfanten. Oh mein Gott, das ist so süß. Es ist so süß. Dann haben wir Schwertkünstler Matrose. Und unsere Rare ist mächtiger Diener von Leug-O. Sagt mir gar nichts. Es ist ein Fahrzeug, ein Golem, drei Mana, sechs, sechs. Abwehr, man muss eine Karte abwerfen, wenn man den als Ziel von Zauber der Fähigkeiten wirft. Und immer wenn der zum ersten Mal im Zug bemannt wird, falls jetzt zwei Kreaturen bemannt wurde, erhält er, wenn er Schaden zu wegzieht, zwei Karten. Bemann. Immer wenn er im Spieler kam, Schaden zu weg. Das macht den, ja. Okay, und wir haben, ähä, die Wana-Kultistin von Tiamat. Also Tiamat, wer es nicht weiß, ist ja die gute Dame, die kleine Drache. 3-1-3, nicht Kreaturen zur Aussprache, 4x, erhält er plus x plus 0, Mana-Betrag. Uh, 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 das ist stark. Eine Kreatur unserer Wahl sogar. Und ein Kopie-Token. Ja, gut. Hier hatten wir den mächtiger Diener von Leuko. Ähm, mal gucken, was wir im nächsten haben. Ihr merkt schon, ich gehe diesmal ein bisschen mehr auf die Karten ein, weil wir haben halt nur drei Booster. Ähm, alter Koop, das sieht so seltsam aus. Eine Spinne, die auf zwei Beinen läuft und nur, das ist, das ist so strange. Der Org-Räuber, wir kennen nicht. Betrachter, es gibt wieder Beholder. Wir dürfen auch hier mit dem Adventure, passt super hier rein. Ich finde es auch cool, dass sie hierbei jetzt das Commander-Deck um, äh, Partner-Mechanik gemacht haben. Leider Gottes irgendwie nur das Commander-Deck und nicht, 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 nicht das andere. Regulationskugel, die war richtig stark im, im Draft und im Sealed. Du wirst Turnräubern aufgehalten. Koloss der Tore, was bist du denn? Achtmaner, den gab's den nicht schon? Koloss der Tore, den gab's doch schon. Achtmaner, acht, acht, für jedes Tor, eins weniger, äh, kann von zwei oder weniger nicht geblockt werden. Und wenn ein Friedhof-Tor, ja, ja, ich meine, ich meine, den gab's schon. Wer nicht, berichtigt mich. Da ist wieder ein Limba. Schon wieder in diesem Artwork. Skanos, Drachenherz, Drache-Waldläufer. Was ne Kombination. Und, ne, noch nicht ganz, jetzt, jetzt. Wüls-Umkehr. Dreimal eine Spontanzauber, bestimm ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit, das ein oder mehrere Ziele hat. Dann würfeln wir in V20 und addieren die höchste Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst. Was? Wir würfeln mit nem Würfel, übrigens, das ist kein Spindown wie beim letzten Mal, das ist ein richtiger Würfel. Wir würfeln mit nem Würfel und addieren die stärkste Kreatur, okay. Das heißt, 1+. Bei 1-14 bestimmen wir neue Ziele und bei 15+, bestimmen wir die neuen Ziele und kopieren das. Hm, nicht schlecht. Und noch ne Vorheuerung. Okay. Und noch ne Kopie. Dann ist unsere zweite Karte Wüls-Umkehr. Man muss halt sagen, das Set ist halt auch extrem teuer. Ich mein, das Kit kostet ganz normal, wie alle anderen Previous-Kits, auch so um die 30 Euro. Und ich bin mal gespannt, was hier am Ende rauskommt. Junger Roter Drache war ne richtig coole Drache. Er wälzt sich halt hier in Lava und im Gold. So geil, auch dass er ein Gold erstellt. So eine coole Karte hab ich sehr, sehr gern gespielt. Sich verbünden, hier die beiden, die beiden guten Dudes. Junger Blauer Drache. Ach, die sich das für reingepackt hab. Blitzschlag. Sehr cool. Einfach mal ein Lightning Bolt in nem immens geilen Artwork. Ich kenn mindestens eine Person, der jetzt aktuell am Heulen ist, weil er nicht weiß, was er machen soll. Das ist ein cooler Blitzschlag. Fackel, äh, Fackel hat auch ein eigenes cooles Ding, weil man die Initiative hat und nur mit der Initiative kann man ins Gewölbe, so heißt es auf Deutsch. Das befehlst du, sehr cool. Junger Nebeldrache, Donnerwoge, Kleriker, Raufbold und Alaundo, der Seher. Vier Mana, drei, fünf, tappen wir, ziehen eine Karte, schicken deine Karte aus dem Sand in Exil mit Zeitmarken auf, denen die der Mana-Betrag entsprechen. Fall, äh, sie erhält, wenn die letzte Zeitmarke von dieser Karte runtergeht und falls es nicht im Exil ist, ist es wirken und die Mana-Kosten bezahlen. Falls ein Kreatur sagt, das ist Suspend. Entferne dann eine Zeitmarke von jeder anderen Karte, den Exil besitzt. Ah, es ist nicht ganz Suspend. Suspend macht zu jedem Versorgungssegment eine Marke, eine Zeitmarke runter. Lustigerweise sind es beides Zeitmarken. Jeder macht immer, wenn er seine Fähigkeit aktiviert, überall eine Zeitmarke runter. Ah, okay, interesting. Sekunde, Sekunde, ich könnte mehr als eine Rare drin sein. Steht ja mittlerweile hinten drauf. Eine bis vier. Die Chance, zwei zu haben, ist 37%. Die Chance, drei zu haben, sechs Prozent und die Chance, vier auf unter ein Prozent. Okay, okay. Nehme ich, boostet meinen Gewinn. Uralter Golddrache, sieben Mana, wow, teuer. Sieben Mana, sieben, zehn fliegend. Immer wenn der Kampfschaden einem Spieler zerweckt, würfen, wären wir 20. Und wir erzeugen so viele 1-1-Blaue. Warum denn Blaue? Feenwesen, Drachenspielstein und Flugschädlichkeit. Warum denn Blau? Aber es ist cool. Das ist ein Mythic Dragon. Da haben wir noch die Woge der wilden Magie. Ist das eine coole Karte? Das Artwork ist so schön. Das erinnert mich halt an der Witcher, wo? Hier mit Ciri und da irgendein, keine Ahnung, Dickstrau oder so. Ja, ich bin immer noch dafür, dass wir einen Crossover von Magic und von Witcher kriegen. Und unsere Provo-Karte, wo dann auch unsere Initiative und unser Dungeon drin ist und so weiter und so fort. Das haben sie wieder aus diesem recycelbaren, 100% recycelt werden Papier gemacht, was ich sehr cool finde. Und dann haben wir unsere, was bist du denn? Entdeckung der Sippe. Fünf-Mana-Verzauberung. So wie die ins Spiel kommt, bestimmen wir den Kreaturentyp. Immer wenn eine Kreatur deines bestimmten Konzips unter der Kontrolle kommt oder angreift, die du kontinuierst angreift und im Spiel kommt zieh eine Karte. Was sind das denn für Vögel? Vogel, Vogel, Vogel. Ja, äh, kenn ich nicht. Vielleicht ist das auch ein Artwork, was ich nicht kenne. Und das ist, äh, Ding, aber sagt mir gar nichts. Es wirkt aber sehr stark. Also immer eine Karte ziehen, wenn man angreift oder ins Spiel kommt, wenn man das mit Slyvern oder so macht. Das wirkt schon sehr stark. Ja, das ist mein Preview-Skit. Hier seht ihr jetzt, wie viel das Ding wert ist und was das Ding gekostet hat. Wenn das Ganze ein bisschen seltsam klang oder besser oder schlechter. Ich hab ein neues Setup, mit dem ich gerade aufnehme. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das besser oder schlechter findet, wie meine aktuellen Videos. Oder gleich, das wär auch cool. Und ansonsten schaut auf jeden Fall bei der guten Dame dabei. Wie gesagt, auch der hier unten nochmal in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt. Und falls jemand anderes sich berufen will, noch eins aufzumachen, schreibt mir, dann verlinke ich euch auch noch unten. Und dann gefugt ihr da auch noch bei. Und ja, das war's soweit. Wir sind's dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Brexit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.